Die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, die natürlich den ein oder anderen Einsatz hatten, auch schon gezeigt haben, was sie können, aber wie gesagt, sie sind so jung, wir stehen am Anfang, schauen wir mal, was da noch kommt. Aber sie sind deutsche Meister und deswegen bitte ich jetzt am Anfang zu mir, Sinan Kurt, Chanduka Kaunino, Mitchell Weiser und Ivan Lucic. Bitte schön, da sind Sie. Untertitelung des ZDF, 2020